Sie sind neugierig, was Building Information Modeling eigentlich ist? Und was es Ihnen bringt? Sie möchten herausfinden, wie eine hochkomplexe Methodik ausgerechnet Ihre Arbeit einfacher macht? Und Sie wollen eine Antwort darauf, wer Sie in die digitale Zukunft begleitet und das Fundament für eine effizientere, intelligentere Art des Bauens legt? Dann frage ich Sie, schon mal an FIGA gedacht? Wir wissen genau, wie wichtig das Bauen mit BIM heute schon ist und ganz sicher morgen sein wird. Wir wissen, wo die Chancen liegen, aber auch die Herausforderungen. Schließlich sind wir den Weg, auf dem Sie sich gerade befinden, schon gegangen. Indem wir eines der modernsten und nachhaltigsten Gebäude unserer Branche geplant und gebaut haben. Die FIGA World Faszinierend und ein Vorteil, den Sie sich zunutze machen können. Mit unserem maßgeschneiderten Serviceangebot FIGA Building Intelligence unterstützen wir Sie dabei, Ihre zukünftigen Bauvorhaben mit BIM effizient und erfolgreich zu gestalten. Und das während des gesamten Gebäudelebenszyklus. FIGA Building Intelligence setzt dabei auf vier Säulen. Consulting, Training, Management und Systems. Schauen wir uns das mal näher an. Beim Consulting beraten wir Sie fach- und bedarfsgerecht in jedem BIM-gesteuerten Bauvorhaben. Damit Sie genau wissen, was Sie brauchen, lassen Sie uns die Zukunft des Bauens gemeinsam gestalten und zusammen die Gebäude von morgen errichten. Noch Fragen? Dann sprechen Sie uns einfach an. FIGA Building Intelligence Your BIM Solutions Vielen Dank!